Äh, apropos Wann boxt eigentlich Manuelsen, Alter? Wann boxt er jetzt? Wann ist der Kampf? Apropos Boxen, hey Moabdallah, Ben Fresh, genau, das müssen wir uns auch noch reinziehen Was ist denn da gelaufen, Alter? Also, ich feier ja eigentlich Ben Fresh, ne, aber was da passiert ist Fand ich jetzt nicht so toll Don't feed the troll, don't feed the troll Sechster, Fünfter? Und zwei Monate noch Ja, boah, diesen Monat ist noch Ramadan, ne? Ja, diesen Monat ist noch Ramadan Hast du Haartransplantation gemacht? Nein, Mann, ich brauch die doch gar nicht, oder? Meine Geheimratsecken so schlimm Dass man meint, ich bräuchte das Ja, aber so in die Eier treten, Alter, das ist echt schon Also, weiß ich nicht, das ist schon unter aller Sau Sind wir mal ehrlich, also in die Eier treten Ist schon unter aller Sau, das macht man echt Und warum ist der Stream so krass verzögert? Was ist das nur bei mir so? Ich glaub, der Stream ist sehr stark verzögert Ate heute, bitte, das Audio Stream liegt unter der empfohlenen Unter der empfohlenen Wir empfehlen Also, Bösemann wird gewinnen, locker Echt? Also, wer glaubt denn ernsthaft, dass Bösemann gewinnt bei dem Kampf? Niemals Machst du dir manchmal Sorgen um deine Gesundheit? Du wolltest es auch abnehmen, meinst du? Äh, äh Boah, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt überhaupt Ne, hab ich gerade keine Lust drüber zu Moin, wie bist du eigentlich zum Motorradfahren gekommen? Bin ich zum Motorradfahren gekommen? Ja, gute Frage Ähm, einfach dadurch, dass ich sehr früh in meinem Leben Äh, die Berührungspunkte mit den Bandidos hatte Und weil ich schon immer Harleys geil fand So von Film und so Es ist gut, dass du dich halbwegs von der Bubble Und vor allem von Cedar entfernt hast Weiter so Äh, ja Du, ich hab die Sache mit Ali Osman halt, ne Über Ali werd ich immer Videos machen Ähm, Manuel Ersen sorgt halt selber immer für Schlagzeilen Das heißt, über den kann man auch immer Videos machen Und, ähm, gucken wir mal Was der Sommer so bringt Ich, wie gesagt, ich will mich ja erst ein bisschen Um mich selber noch so ein bisschen kümmern Und, ähm, inshallah Dieses Jahr auch noch ein paar Interviews, ja Hätte ich Bock drauf Ich finde, du bist viel zu klug Um Rocker-Milieu aktiv zu sein Du bist gebildeter als die meisten Ich hab auch über... Also danke erstmal dafür Äh, ich hab aber auch überhaupt keinen Bock Die ganze Zeit nur Über, äh, Rocker-Thematiken zu reden Deswegen finde ich das auch immer voll Panne Wenn Leute schreiben irgendwie Von wegen, ja Ist ja grad richtiger 1%er-Content Hä, was für 1%er-Content Als wenn's sowas gibt Oder man zockt mal was oder so Und dann heißt es, oh Krasse 1%er, spiel Computerspiele Was, Alter Als, als wenn man kein Mensch mehr ist Nur weil man in einem Rocker-Club war Oder ist oder was auch immer Als ob, als ob ein Rocker nicht An der Playzie zockt Als ob ein Rocker nicht irgendwie Keine Ahnung, Alter Äh, einen Star-Wars-Film sich reinzieht Und weiß ich nicht Richtig bekloppt, ey Äh, mach lieber Gaming-Let's Plays oder so Dieses ständige Biefe hat doch erst den Kanal geballert Nö, ich hab, äh Ich hab überhaupt nichts gegen Gebiefe, Alter Äh, hier und da Hier und da ein kleiner Beef, äh Schadet nicht Ähm, die Sache ist nur, ähm Wenn's halt, wenn's halt So ein bisschen So ein bisschen hinterhältig wird, ne Mit, äh Wer hat die dickeren Eier Und wer ist krasser Wenn dann Leute Unangemeldet bei einem vor der Haustür stehen Und man ist selber gar nicht da Und die sich dann drauf abfeiern Dass die bei einem vor der Haustür waren Obwohl keiner da war Der hätte drauf reagieren können Und, äh, deswegen Irgendwelche Leute im Internet glauben Och, der war da Aber der ist bloß nicht rausgekommen Also, ähm Wie ihr auch jetzt gerade An meinen Online-Zeiten Und an meinem Lifestyle seht Ich bin 90% der Zeit Überhaupt nicht zu Hause Ich war jetzt auch wieder Den ganzen Tag unterwegs Bin arschmüde Bin jetzt nach Hause gekommen Geh jetzt live, ne So Auch, dass nie irgendwie Mein Auto vor der Tür war Wenn diese Leute irgendwie Bei mir waren Das, also, das Spricht ja auch Bände für sich Ähm Trotzdem ignorieren diese Leute Den Fakt So, weißt du Ich meine, mein Auto steht nicht mehr Vor meiner Bude Leute sind dann angeblich Bei mir gewesen Und ich werde nicht rausgekommen So Also, wenn mein Auto nicht da ist Dann bin ich zu 99% Auch nicht da Ähm Übrigens, äh Wo wir gerade bei dem Thema sind, ne Äh, hier Arroganter Arroganter, äh Arroganter Pisser Arroganter Kelb Arroganter Scherefsis Namosus Imansis Kitapsis Ähm Über den habe ich doch auch noch was Der ist mir Der hat ja irgendein Irgendein Schlaukopf War ja da so aktiv Und hat wie bei Ali Osman Ähm Dingens gemacht hier Sag mal Ähm Hat ja In meinem Namen Irgendwie eine Falschanzeige gemacht Oder da wurde wegen öffentlichem Interesse Eine Anzeige gemacht Oder What weiß ich, Alter Irgendwie so eine Scheiße Wurde da ja wieder gemacht Und, ähm Da habe ich doch hier ein Ein Bild Da habe ich doch hier ein Bild Und zwar Äh Und zwar das Ding hier Pass mal auf jetzt Äh Habe ich heute Ja Ermittlungsverfahren gegen Mahmoud Hassan, ne Das ist ja hier der arrogante Pate, ne Sehr geehrter Herr Jalan Das Ermittlungsverfahren Habe ich endgültig gemäß Bla 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 Eingestellt Nach dieser Vorschrift Kann der Staatsanwaltschaft Von der Verfolgung An der Straftat absehen Wenn die wegen der angezeigten Tat Zur erwartenden Strafe Ne Meine anderen bereits verhängten Oder zur erwartenden Strafe Der Besserung und Sicherung Nicht beträchtlich Ins Gewicht fällt, ja Also, ähm Äh Der Piskop hat so viel Dreck am Stecken Dass, ähm Das, was da Zwischen uns war Quasi Nicht mal wirklich ins Gewicht fällt, ja Äh Nochmal, ich hab die Scheiße nicht gemacht Entweder war es eine Online-Anzeige Wieder im falschen Namen Oder Das hat jemand in, äh Oder das ist wegen öffentlichem Interesse passiert Aber ich wollte es nur nochmal Gezeigt haben Was kannst du jemandem empfehlen, der beruflich und finanziell bei Null ist Und neu anfängt? Äh, beruflich und finanziell Irgendeinen Job Wo du erstmal ein bisschen Geld verdienst Irgendeinen Job Wo du erstmal ein bisschen Geld verdienst Und auch ein bisschen was zur Seite legen kannst Und dann guck, in was du investieren kannst Mach dich schlau In Investions In Investionsmöglichkeiten Und dann Fang an, dein Geld zu investieren Denk nicht drüber nach Da gibt's doch so ein Da gibt's doch so ein Dings mit Denk nicht drüber nach Was du dir kaufen kannst Sondern denk drüber nach In was du investieren kannst Ah, voll ernst Zittert und den Rest der People Äh, ja Also ich hab die alle immer im Telefonbuch, ne Das ist der Kontakt Wirst du generell wieder in die Türkei reisen Oder generell vereisen Also Italien und Türkei steht dieses Jahr an Vielleicht wird es beides Aber mindestens eins von beiden Italien oder Türkei Und die sehen oder verstehen nur, was sie wollen Ja, Malünchen Grüß dich Das ist halt die Sache Was ich auch nicht verstehe Mit diesen Online-Anzeigen, Alter Das letzte Mal Als die bei Ali Osman das gemacht haben Äh Da haben sie ja bei mir Irgendwie, was war das Geburts Äh Geburtsort oder Herkunftsland Afghanistan oder so Drinnen stehen Da bin ich auch Äh Das ist so lächerlich Dass sowas überhaupt geht Weißt du Bei allen möglichen Scheiß In Deutschland Wird reguliert Bis zum geht nicht mehr, ne Du kannst Du kannst dir nicht Äh Du kannst dir nicht Ein Scheiß Äh Ein Nikotin-Shot Für deine EC-Rette bestellen Ohne Ausweis hochladen Und Und Äh Irgendwie Identitätsnachweis An der Tür Oder sonst wie was Aber du kannst einfach Online-Leute anzeigen Das ist Bekloppt Einfach bekloppt Einfach bekloppt Das ist Das ist Das ist Das ist Bis zum nächsten Mal.